Was ist das anstrengend, schrecklich anstrengend? Mit dem war ich ständig unterwegs und habe Fotos gemacht und zum Schluss wurde es etwas besser, da saß es ziemlich drin, dass ich den überall hin mitgeschleppt habe. Mein Mann hasst Facebook seitdem noch mehr als euer. Das passt schon zusammen. Alles schreitet voran, eben auch das Leben in der Bibliothek und da wollen wir auch nicht hinterherlaufen, sondern mitlaufen und deswegen sind auch wir bei Facebook.